Ziele Willkommen zurück zum Metro zocken also immer wieder wir sind wieder hier in dem Ding drin tschüss mein Gegner spawn killen nicht gekillt werden so läuft das 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 kann nicht sein weil es so many snipers Indie ja weil wir es können auch ein Gegner man muss bauen gucken das Wasser mit dem Gegner gerade noch mithelfen ah fuck keine Punkte ich habe schon wieder vergessen neu zu starten B Hammer C Hammer wir sind wirklich viele Sniper fällt mir gerade auf aber da habe ich so gesagt noch nicht mal was gegen ich meine da ist jemand bei mir gespawnt aber da habe ich ja so noch nicht mal was gegen ich meine wenn sie rumholen dass hier so viele Sniper sind aber es nicht geschissen bekommen weil ein Sniper und Dings haben ja äh wie nennt es Dunkelweh hat oder so hat er im Nahkampf doch einen kleinen großen Vorteil und verstehe ich nicht warum sie rumholen den Battlefield 3 Player oder BF3 Player wie immer Willkommen zu 2k ich werfe jetzt nix weil äh ich will die Users behalten Boah die ist richtig schön op wie viel Muni habe ich noch in der drin das Sehen hm 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 ja gut da ist aber auch die users jetzt leer war ich nicht war doch gerade noch einer oder klare sicht hat immer vorteile sein herz und herr mal und ist jetzt nicht auf so elenig riesigen entfernen tätig wie wir gerade weil diese zwei vergrößerung weil die zwei vergrößerung bringt halt auch nicht auf fünf kilometer entfernung bringt ihn nicht so krass viel rennt dahinten lang mark ist du schaffst ist ein 20 10 das kratzen noch die zwei akademie Spawn 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 Doktor mit Code rettete mich ich würde eigentlich sagen so Doktor mit Code wurde mir gesagt hat mich gerettet das waren so meine drei Prozent V40 und da hat auch einer gesagt ja ich nehme eine V40 gerne als Geschenk mit sehr gerne sogar kann ich was mit anfangen Schali? Nö meine brauche ich noch zwei Hitsverein wenn ich ihn nicht richtig treffe Hör mal sieht nix jetzt sieht man wieder was lol Snipen macht Spaß macht wirklich Spaß Snipen Snipen ist sehr schön C-Sips ich komme was ja der hat mich allerdings gesehen was blöd ist The Frostinator Frost äh 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 das können wir dann revisen manchmal da handel ich meistens nach auch nicht immer ich handel eigentlich immer den Umständen entsprechend wenn wenn die 5000 Gegner sind und ein Gegner da ist dann sag ich ja dann sag ich Fick ne dann sag ich schon meistens eher so ähm wenn er jetzt irgendwie hinter einer Ecke und da so liegt dann sag ich meistens so ja ein bisschen wenn er wenn er was im Brain hat dann äh steht er schnell auf und rennt hinter die Deckung wenn nicht dann äh hat er Pech ansonsten noch was wuhh hm 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 Keiner der irgendwie die vielleicht der kommt wieder der kommt wieder raus ja gut lieber der Gegner hatten als der Gegner äh der Mate hatten als der Gegner mich dumme Idee nachladen nach vorne dumme Idee mit dem nachladen nach vorne zu laufen genau so kann man das jetzt kuckuck bumm ach den kenne ich doch der amt in der SL FIFO moin kuckuck Dreck ich glaube der spielt nur mit der AUG hab ich irgendwie so das Gefühl ja nee 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 keine Lust keine Lust huuuh mab ist einfach gekillt aber die beiden sind auch tot naja das nehme ich in Kauf oh geil jetzt ist noch besser gut gleich muss ich noch das Ding überschreiben ich möchte das kleine wie ja ich hier bin wow wow knapp Minute hab ich noch Jutti steh auf das ist keine rauchgranate ich vollidiot oh Mist Dreck ich bin doch wieder mit der Sniper am spielen fuck das kann nicht sein zweibein fuck ah jetzt will ich mal das Ding hier mit m schon ein paar Punkte ne ähm dann spielen wir doch den aber den na den Sani perfekt fast jedenfalls lieber lieber wenn das dein Sniper wäre aber oh mein dann äh sag ich zu Sniper doch eher nee weil blöd das ist übrigens voll behindert sich da vorne mit einem zweibein hinzustellen fällt mir mal ein weil du einfach null irgendwo hin kacke kannst komm medik meditank komm brain defrostinator so jetzt nehme ich hier wieder an äh was naja die haben eh nur zehn tickets perfekt dann krieg ich das hier genau in zwei folgen rein wie geil die sind sogar fast richtig also doch rechtzeitig von der Zeit her nicht online einfach nur geschnitten da fick naja wir haben eh nur noch ein ticket ja das war's ich hoffe es hat euch gefallen jetzt äh nehme ich nicht weiter auf ich habe jetzt sieben Folgen seit ich habe für eine Woche ungefähr aufgenommen irgendwann keine Ahnung bis wann habe ich die Videos jetzt bis morgen ist Rosenmontag denn bis Rosenmontag der Sonntag oder so ach scheiß drauf ihr seht ja auch irgendwann mal Juti dann würde ich sagen hau da rein ich hoffe es hat euch gefallen lasst eine Bewertung da schreibt in die Kommentare Verbesserungsvorschläge wie es euch gefallen hat und 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 wenn ihr mehr Videos den Mario Sehen würden dann abonniert meinen Kanal. Ja. Tschööö. Kommt ruhig steil, war ganz nett. Tschüss.